Alle Frauen sollen große Titten haben! Weg mit dieser kleinen Titten! Und keine Silikone-Titten, die aussehen wie aufgeplackte Ballonen und die noch stolz recht stehen, wenn das Weib platt auf ihren Rücken liegt! Nein, natürliche Titten, die auf und nieder botzen und wiebeln, wenn sie auf unsere Schwänzer reiten wie geile Pferden! Nein, nein! So ein Gast soll Kiek direkt stemmen.